das hat der schiedsrichter richtig gesehen es gibt freistoß bitter für den spieler dass er so früh rot kassiert aber ich finde es auch gut dass der unparteiische hier gleich eine klare linie vorgibt hoffentlich hat das auch den gewünschten effekt und die spieler lassen sie jetzt ein bisschen ruhiger angehen